Die Batterien aufladen, Kraft tanken, darum geht es hier im Schloss Meseberg. Die Bundesregierung will zurück in den Arbeitsmodus. Kein Wort zum Streit über Heizungsgesetz und Kindergrundsicherung. Stattdessen Beschlüsse. Das Wachstumschancengesetz soll die Wirtschaft ankurbeln. Geplant sind unter anderem Steuererleichterungen. Bürokratische Hürden sollen weg, zum Beispiel der Meldezettel im Hotel. Das Gesundheitswesen soll digitaler werden, etwa durch die elektronische Patientenakte. Georgien und Moldau sollen als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Das beschleunigt Asylverfahren. Insgesamt acht Vorhaben bringt die Regierung heute auf den Weg. Seit dem Ende der Sommerpause sind es mehr als 30. Viele Gesetzesvorhaben. Die Sommerpause war für die Regierung produktiv. Und das Parlament und die gesetzgebenden Körperschaften unseres Landes haben jetzt viel zu tun. Das ist aber gut so. Nicht einig ist die Bundesregierung beim viel diskutierten Industriestrompreis. Finanzminister und Kanzler haben Bedenken. Der Wirtschaftsminister ist dafür. Eine Randnotiz. Sonst herrscht Harmonie. Diese Geschlossenheit, die ja nicht eine statische ist, sondern eine lernende Geschlossenheit, die ins Zentrum zu stellen, das sicherlich ist der Geist dieser Klausur gewesen. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Und das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Geräuschlos arbeiten. Das war hier schon öfter der Vorsatz. Wie geschlossen die Ampel wirklich ist, muss der Regierungsalltag zeigen. Das war hier schon.